So, jetzt mache ich hier mal eine Aufnahme. Oh, da fährt einer mit Hund und Katzen. Nein, zwei Hunde. Mit zwei Hunden schon unterwegs. Oh, oh, passt auf ihr Hundchen. Ja, ja, ich habe schon gesehen. Also das ist, also... Könnte gefährlich waren. Ja. So, da sieht man die Kirchtürme von Buxheim. Und heute ist so ein schöner, sonniger Tag. Bildstabilisierung habe ich da natürlich nicht mit diesem Gerätchen. Es ist Januar. Glaubst du das auch? Jetzt fahren wir gerade mal so oben rum. Ja, mach das mal. Auf der linken Seite, da hat es Siedlung. Da sind Wahnsinns Häuser drin. So viele neue und schöne Häuser. Ja. Da können wir vielleicht am anderen Tag nochmal ein bisschen durchfahren. Ja. Da ist so viel gebaut worden. Ja, ja. 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 Ops. Da ist der Kindergarten, den ich früher mal geschafft habe. Das Marianum. Um die Kurve. Da sind die neuen Häuser. Da jetzt links. Ja. Das ist Neubaugebiet. Du baust ein paar Millionen, wenn du da bauen willst. Ja. Da musst du mal hineingucken. Tolle Häuser. Ganz tolle Häuser. Schau mal, das ist da vorne. Da? Ja. Jetzt gehen wir dann den Weiherhausberg runter. Oh ja. So. Da ist auch alles zugebaut. Mhm. Seegarten. Ja. Ja. Das war Abend. Mal sehen. Nun? Ja. Du buchst einfach weiter. Jetzt geht's dobraun aus. Da ist die kleine Kapelle. Und da geht's in den Wald rein. Das ist ein bisschen eng hier. Die Ritsch. Ritsch. Ihr Haus. Oh, da ist ein schönes Kreuz. Die Pferde. Oh, schau mal. Neue Straßenschilder hier. Oh, jetzt aber. Das ist ein bisschen eng, hm? Die Jan. Aha. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Du musst arbeiten. Arbeiten. Hm. Wollt ihr in die Stadt fahren nachher? Ja. Wir fahren Mutter in die Stadt. Ja. 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 Sie hat einen Termin. Ja. 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 Und bleibst du heute oder nur bloß die Mutter abholen und dann? Ja, wir bringen sie dann auch wieder zurück. Ja. Ja, gut. Vielleicht sind wir uns dann vielleicht in die Stadt fischen, oder? Ist das so real, oder? Ist man eigentlich auch nicht? Wahrscheinlich nicht. Achso. Mal schauen. Vielleicht. Seid ihr am Montagabend daheim? Montagabend bin ich daheim, ja. Ja. Wir kommen dann am Montag nochmal raus. Dann machen wir das am Montag. Wir sehen uns dann. Ja, wir können auch noch telefonieren. Ja. Machen wir das einfach. Okay. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Das war unsere Schwägerin. Wow. Und die Fahne. Was ist das für eine Fahne? Hm. Jetzt sind wir da. So. Ziel erreicht. Sie haben das Ziel erreicht. Hahaha. 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 Hahaha.